Genau da hinten, wo die Lava schon, wo die Lava runterfliegt. Herzlich willkommen zur 17. Folge Minecraft Together mit Jim Eximius LP. Hallo und herzlich willkommen YouTube zurück bei einem weiteren Video. Ihr kennt den Galtelayer, ja, kennt ihr alle schon. Ja, ähm, es ist wieder soweit. Minecraft Together ist am Start. Die 17. Folge, wenn ich das richtig sehe. Ja, 17. Richtig, richtig geil. Ich kann gar nicht aufhören zu zocken. Es ist einfach so, wie es Spaß macht, hier rumzubauen mit... Endlich weiterbauen, dass ich das Lager noch zu Ende kriege hier. Das muss ich unbedingt noch schaffen. Was machst du so in dieser Folge? Oh, warte, 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 ich kann gleich erst weiterreden. Okay, perfekt. Obwohl, scheiße, ich könnte ja eigentlich... Glasplatten, wie würde das denn aus? Ja, ich mach Glasplatten. Okay, machst Glasplatten. Gut, das hört sich gut an, ja. Ja, ja, muss ich mein ganzes Glas hier wieder kaputt machen. Das ist aber nicht gut. Was mach ich denn jetzt hier am besten Glasplatten? Wie gehen die denn noch? Einfach so da rein? Glasplatten... Achso, Glasplatten ging... Ähm, obere Leiste und mittlere Leiste. Glas. Obere Leiste und mittlere Leiste. Ah, okay, sech... Ja, das... Dankeschön, vielen Dank. Bitte sehr. Es geht auch mittlere Leiste und untere Leiste, das ist scheißegal. Aber... Ja, hab ich mir schon. Auf jeden Fall zwei Leisten übereinander. Okidoki. Was machst du so in dieser Folge jetzt so? Ich hab gehört, du willst deine Sauna zu Ende stellen? Oh ja. Oh ja, Sauna, Sauna. Hört sich gut an. Ich bin gespannt, wie du das umsetzen möchtest. Hört's aus? Ich bin hart am Limit hier am Bauen meines schönen neuen Lagers, ja. Coole Sache. Hört sich auch gut an. Ja. Finde ich auch. Ähm, ja. Okay. Mal schauen. Zack, zack. Ach nee, ich brauch noch mal Glasscheiben. Nochmal mehr. Bisken mehr. Wie viel willst du denn du ganz bauen, ey? Nee, nee, das brauch ich für meine... Ach, für die Lava. Für mein... Musst du da immer vorbeikommen, dass ich... Mach ich gleich. Ich guck gleich mal vorbei. Ich bin gespannt, wie du das umsetzt. Ja, das ist ja hier erstmal so ein bisschen die Einrichtung. Nur ganz, ganz bisschen. Dauert dann auch noch ein bisschen. Huch. Warte, ist das denn jetzt? So, perfekt. Dann muss ich jetzt mal neue Lava holen gehen. Und direkt mal, hab ich noch Kohle irgendwie oder sowas? Kohle, Kohle, nein. Holz, ja. Dö, 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 dö. Warte mal kurz. Ich bin hier gerade aus dem Berg rausgekommen. Soll ich dann ein Fenster reinbauen? Da könnte ich eigentlich ein Fenster reinbauen, da fällt mir dann gerade so ein. Da hab ich auch noch Kohle. Perfect. Wenn ich mal drüber nachdenke, probier ich gleich mal, wie das aussieht. So, so, so und so und zack. Nein! Was wollte ich eigentlich jetzt nochmal machen? Ich weiß jetzt nicht, was du machen wolltest. Äh, ich weiß auch nicht mehr, was ich machen wollte. Ich wollte Lava holen gehen und hab jetzt Fackeln gemacht, aber ich weiß auch nicht, warum. Dann ist gut. Hä? Hä? Es ist... Ja, so viel, so viel dazu. Nee, ich mach das anders. Ich mach das komplett anders mit Fackelsystem und so. Da hab ich eine viel bessere Idee. Es wird Nacht. Aber ich hol mir noch eben mal mal schnell mein... Lava. Aber... Das, genau. Glas wollte ich auch noch holen. Nein, jetzt hab ich die Kohle für... Oh, nee. Doch. Tacke. Mach ich das so oder mach ich das... Naja, es muss anders. Das geht so nicht. So, zwei Lava-Eimer und jetzt schnitzen wir nach Hause. Willst du ins Bett? Ja, ins Bett. Okay, warte ich. Dann laufe ich eben aus meinem zukünftigen Lager raus. Hast du noch... Knochenmehl? Sand auch nicht, nein. Auch wenn, bräuchte ich ihn selber, weil ich hab gerade eine bahnbrechende Idee gehabt, die ich gleich mal ausprobieren wollte. So. Schlafen. Bist du im Bett? Ja, ich laufe gerade... Ich laufe jetzt gerade meine riesen Treppe hoch. Und drei. Zwei. Eins. Ich kann nicht, weil man es in der Nähe ist. Warte, 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 warte. Ich glaub, der ist schon weg. Oder ist der jetzt in mein Haus gegangen? Kannst du jetzt schlafen gehen oder nicht? Nee, momentan nicht. Oh. Kannst du nochmal versuchen? Nee, leider nicht. Okay. Der muss... Ah, jetzt kann ich gleich schlafen. Jetzt kann ich schlafen gehen. Ich muss den Zombie, bin ich gerade am töten und jetzt. Oh, sehr gut. Dann schlaf du mal. Hat nicht mit großem Z begonnen. War nix. Ja, du hast gar nicht... Ach doch, hast du. Doch, ich hab. Egal. Wieder zwei Karotten. Sehr gut. Hol ich mir jetzt erstmal ein bisschen. Ich muss... Boah, wer hat denn jetzt... Nein. Ha, ha, ha. Scheiße. Ha. Das ist jetzt schon so ein bisschen peinlich, ne? Peinlich ist das nicht, aber das ist schon echt doof. Doch, das ist sehr peinlich. Das ist peinlich. Rubisch. Irgendwie ja nicht. Doch, das ist peinlich jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, warum das peinlich sein sollte. Weil das halt peinlich ist. Es ist... Ach, weil du Scheiße... Warte hier, wo ist jetzt mein Stein? Wo ist mein Stein? Ich seh ihn nicht. Ne, nicht, weil ich scheiße bin, sondern weil das peinlich ist. Ich hatte doch noch so viel Stein. Wo ist denn der ganze Stein jetzt geblieben? Das kann ich dir nicht beantworten. Du hast... Du hast meinen Stein geklaut. Nein! Ich war gar nicht bei dir. Ich hab noch selber gefärbtem Ton ohne Ende. Du die... Nee, Stein nicht. Und Stein. Stein oder Cobblestone? Cobblestone. Cobblestone. Hast du was? Cobblestone. Ja, hast du... Oder hast du ne Schaufel? Ne, Cobblestone hab ich, glaub ich, sogar noch ein bisschen was. Brauch nämlich... Dann müsste ich dann aber gleich erstmal nachgucken. Ne Schaufel brauch ich unbedingt. Okay, ne, das wird nix. Da muss ich das dann anders machen. Musst du gucken, in meiner rechten Kiste, okay? Mach ich. Äh, oh, hier ist irgendwo ein Baby-Zombie. Oh, nein. Ähm. Ja, hast du. Werde ich mir mal schnell eben kurz auch hier irgendwo in der Workbench stehen. Da müsste irgendwo eine stehen, ja. Oh, nee, oh, nee. Nein, scheiße. Was hab ich jetzt... Was hab ich getan? Ich... Ich ver... Nein. Willst du mich jetzt verarschen? Töt... Er brennt. Aua. Ah. Ich brenne. Wieso, wieso... Der ist so stark, ist der, ne? Das ist nicht meine Lava kaputt gemacht. Doch, ich wollte mein Haus retten. Dass du das nicht verbrennst. Wo steht denn hier eine Workbench? Die steht, wenn du reinkommst, da links. Links. Hä? Das ist ein Ofen. Ach, die... Ah, da unten. Ah. Du bist so dumm, Alter. Ha, ha. Oh, Mann, Grubosch. Das ist nicht dumm. Das ist einfach nur... Warum mach ich jetzt da hinten zwei? Warum... Hä? Das ist doch dumm. Ja. Wie geht denn so? Ach, wenn du ne Kartoffel kriegst, sag Bescheid. Dann gib mir die, dann baue ich die an. Wieso hast du denn... Das ist Stein, glaube ich. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich habe Stein genommen. Doch ganz normalen Bruchstein. Kein Stein. Oh, jetzt habe ich da irgendwas reingetan von mir. Ah, das. Wollte ich jetzt machen... Ah, ja. Oh, Mann, das ist so langweilig. Das hier zu bauen. Ja. Ne? So, endlich. Oh, ich trottel. Das muss doch eh wieder weg, Mann. Tschüss. Tschüss. Und bitte sehr. Danke sehr. Da muss er eh wieder weg, Mensch. Öh. Scheiße. Das. Das Ganze... Oh, nein. Bitte nicht. Das Ganze muss noch einen ganzen Block runter. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Oh, nee. Ey, komm. Bitte. Das Ganze muss vier hoch. Fällt mir gerade mal auf. Oder ein. Oder was weiß ich, was das tut. Kann ich hier wenigstens noch eins zurück? Ja, gut. Oh, wenigstens geht das noch, ey. So. Das alles jetzt weg hier. Mann. Toll. Ja. Das wird ja ein Spaß, so das alles zu bauen. So. Dir dabei viel Spaß. Ja, ja. Danke, danke. Werde ich nicht haben. Hm. Äh. Nein. Hopp. Zack. So. Da müssen wir eben richtig hinsetzen. Ich sitze hier schon die ganze Zeit so richtig schief. So. Jetzt sitze ich wieder gerade. Cool. Ja, ne? So, alles nochmal einen ganzen Block runter. Mann, ist das toll. Aber jetzt baue ich mir eine Eisen-Axt. So heißt das Ding. Coole Sache, du. Mh, mh. Nicht cool. Voll und cool. So, Eisen-Axt. Sehr gut. So. Ah, ja. Jetzt möchte ich mich wieder an meine Sauna ran machen. Mach das. Bagger sie richtig an. Eine, dass ich... Stunde. Hab ich... Hab ich... Hä? Hatte ich doch noch. Nicht mehr. Doch, hatte ich noch. Da, da ist es. Doch, habe ich noch. Habe ich gefunden. Ah, okay. Ja, dann. Mein Mikro. So, bisschen weiter nach unten machen. So. Jetzt geht's wieder. Wäre es nicht angenehmer für meinen Mund? Zack. Mund. Okay, dann. Viel Glück mit deinem Mund. Alles mit meinem Mund. Ja, du baggast deine Sauna an und ich kümmere mich um meinen Mund, ne? Äh, äh. Ein bisschen höher, so fühle ich mich. So. Oh nein. Alles ein Tee. Fah. Bitte nicht. Für manche, die sich jetzt fragen, hä, warum denn? Das erkläre ich euch dann später. Das werdet ihr später merken, warum. Das will wieder unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe mal nicht, aber es wird jetzt auch keine 30 Sekunden dauern. Ja. Aber mit meiner schicken Effizienz spitzer geht das doch klar. Ach, dann hol mir da mal wieder ein bisschen Lava. Mach das. Wofür denn? Ach, für deine Sauna, genau. Sauna. Da brauch ich auch noch ein bisschen. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen, ne? Boah, der Sand sieht für die Sauna aber auch ganz geil aus. Ja, dann mach doch mit Sand. Ne, ja, ne. Ich meine nicht diesen Sand. Ich meine diesen Orangensand. Weißt du? Ach so. Ja. Boah, heißt der nicht roter Sand? Ja, ist auch egal. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Warte, ne, Moment. Das muss. Falsch. Das muss nicht. Das muss nicht. Das muss. So, so, so. So, so, so. Nein. Nein. Oh. Ist okay, Niklas. Verbaue dich einfach 5000 Mal. Das muss nämlich. So muss das. Ja. Einen ganz gebrannten Toneinsamöbel. Falls ich dann irgendwann doch nochmal Knochen mehr finden sollte. Aua, dann nehm ich mal direkt mal ein bisschen Orangensand mit. Oder roten Sand halt auch, wie auch immer der heißt. Ja, scheiß drauf. Ist auch kacke egal, wie der heißt. Brauchen uns ja nicht zu interessieren. Meine Güte. Was denn los heute? Ja. Mein Hals ist voll trocken. Hab ich je. Oh, ich hab zwei leere Wasserflaschen hier stehen. Dann trink doch mal was. Drei leere Wasserflaschen. Achso, drei leere. Achso, ja. Ja. Dann würd ich mehr mit trinken, ne? Ja. Warte, ich guck mal. Hab ich noch vielleicht. Ich hab ja meine Schultasche hier stehen. Da hab ich ja immer. Eine Wasserflasche mit. Hab ich da noch eine drin. Ich guck mal eben nach. Ähm, was wollte ich denn jetzt nachgucken? Wie viel Glas? Yes, da ist noch eine drin. Ich trinke jetzt eben was. Mach das. Lecker. So. Sehr gut. Jetzt kannst du weitergehen. Mein Wasservorrat aufgefrischt. Jetzt kannst du weitergehen. Das Lager wird so groß. Aber es wird so geil. Wirklich. Ich muss nur gucken, wie ich das dann im Endeffekt wirklich mache. Weil ich glaube, hier mach ich das eh ganz anders. Aber das guck ich dann alles, wenn es dann soweit ist. Ja. So, du. Wie siehst du da? Der Lava bin ich erstmal fertig. Kannst du ja mal vorbeigucken, wenn du willst. Ja, mach ich gleich. Oh, das war noch nicht ausgewachsen. Schiete. So, wie werde ich das denn jetzt hier noch weitermachen? Das kann ich dir nicht sagen. Witzgelegenheiten und sowas. Und ein bisschen roten Sand wollte ich ja auch noch einbauen. Stimmt, wolltest du alles noch machen. Du hast dir viel vorgenommen, ne? Ja. Ja, merkt man schon. Nein, das nicht. Merkt man schon. So. Jawoll. Wieder ein bisschen Brot. Das ist natürlich Knorke. Zack, den ganzen gebrannten Ton, ey. Den ganzen Ton da reinklatschen, ey. Ich hab so viel Ton, da glaubst du gar nicht. Ich hab... Boah, Alter, hab ich wieder viel gebrannten Ton. Muss ich dir mal noch überlegen, wie viel ich da mache. Der Wahnsinn. Okay, ich glaube aber schon, es wird schon wieder Nacht. Ja, ich liege im Bett. Komme. Meinem Bett. Hier in mein Bett. Dort. Trafen. Liegst du? Ja. Oh, ich hab gerade Enter gedrückt. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Dafür musst du jetzt kommen und mir unbedingt mal deine, meine Sau da angucken und mir mal sagen, was da noch fehlt. Ich weiß nicht, was ich, wie ich das jetzt noch weitermachen soll. Ja. Also als erstes werde ich eine Tür bauen. Oh, ich könnte ausrasten, Mann. Was ist denn los? Was ist denn los? Mit dir. Mit dir. So. Woher denn? Oh. Freunde. Ich hab hier doch noch... Ich bin mir so sicher gewesen, dass ich hier... noch... Ah ne, der ist ja... Der verbrennt gerade. Nein. So. Ich bin auf dem Weg. Kannst du mir Holz mitbringen? Ich hab nur noch ganz wenig. Oh ja, dann mach ich. Hol ich mir selber was. Ne, ich hab wohl was dabei. Ein Stack. Oh ja, wär nett, wenn du mir eine Tür machen könntest. Ach so, ja. Das krieg ich wohl noch gerade so hin. Ein Stack wird knapp, aber ich versuch's. Das ist ja voll überdacht, ey. Jetzt ist es erst recht in den Kasten. Ist kein Kasten. Okay, es ist kein Kasten. Es ist... Ein sehr schön modelliertes Haus. Mein Haus. Du bleibst jetzt... Genau da hinten, wo die Lava schon... Wo du schon die Lava runterfliehst. Nein, bevor du mir das... Gar nichts gebracht hast. Wo gehst du... Interessant, ja. Da sieht schon ein Knorkel aus. Guck, und jetzt machst du da die Tür perfekt. Und dann... Jetzt weiß ich nicht, was hier drin noch... Wie ich das noch weitermachen soll, weißt du? Du musst gerade eh sagen, dass mit dem... Mit dem Glas, sieht gar nicht mehr schlecht aus. Darf ich das mal eben kaputt machen? Nein. Nein, 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 nein. Das geht dann... Dann fliege aber da raus. Ich weiß nicht, was dann passiert. Aber... Hm, was kann man hier raus denn machen? Ja, mit dem roten Sand weiß ich auch noch nicht, wie ich das da wohin tun soll. Wie viel hast denn du? 44. Gib mal her mit der Kacke. Willst du den ganzen Boden jetzt da machen, oder was? Nein. Willst du damit machen? Gib mal her. Viel. Viel denn? Alles. Ja, dann sag doch alles, Kea. Kea. Kea, Minion. Jetzt kommt's. Jetzt macht Klottel mir das... ...ganzen schön... Das ist suboptimal. Was? ...schöne Scheiße. Du kannst... Oh. Ich komm gleich wieder. Ich muss mal eben... ...baue doch einfach hier. Komm zurück. Oder was willst du denn nur machen? Ich will Ton holen. So. Gelbgefärbten Ton. Oh, die Folge ist schon 20 Minuten lang. Dann mach doch schnell das, was du machen wolltest. Was machst du da? Okay, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen... ...wenden wir hier mit dem Part. Genau. Mit der Fast-Fertigstellung dieser wunderschönen Sauna. Oh, na, was mach ich denn da? Oh, du bist so dumm, ne? Ja, dann, äh... ...sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten... ...Gether. Ja. Ähm, hinterlass natürlich... ...ne positive Bewertung. Wenn's euch gefallen hat. Ja, wenn's euch gefallen hat. Und... ...ja, wenn's euch nicht gefallen hat, dann trotzdem... Was machst du denn jetzt? Wo läufst denn du hin? Ich lauf wieder weg. Achso, du holst dir dieses... Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt... ...Axios LP... ...Groash, let's play... ...Minecraft together. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. ...Groash... Vielen Dank.